Ein herzliches Willkommen hier am Biohof Pfeffer. Mein Name ist Claudia Reiter-Steinbach. Wir sind da im starrischen Ziermland. Wir haben Forstwirtschaft, Bio-Hühner, ZZU, Milchwirtschaft und Urlaub am Bauernhof mit einer Almhütten. Wir haben gemeinsam fünf Kinder. Eine davon ist schon ausgezogen. Drei ist eine neue Ausbildung. Also wir sind momentan ein bisschen gerade bei der Umstellung von Fleckvieh auf Jersey. Die Jerseys waren eigentlich der Grund, wir haben recht steile Wiesen da und die Jerseys sind halt klein und zart und wir hoffen, dass die einfach nicht so viel Bodenverdichtung machen, als wie die großen schweren Kühe. Weiters haben sie extrem gute Milch und sind sehr fettreich und einweißreich. Unsere Bio-Händel werden für Zurück zum Ursprung produziert und ein Teil geben wir unseren Stammkunden. Unsere Händeln geht es so gut, dass sie jeden Tag ins Freie auslaufen dürfen. Das ist die Kuli Hube. Das ist unser Urlaub am Bauernhof Almhütte. Die verspricht wirklich Ruhe pur und Erholung pur und wir freuen uns, wenn wir Leute begrüßen dürfen. Nicht ich alleine bin die Hofheldin, sondern wir sind alle Hofhelden und Hofheldinnen. Wer wagt, gewinnt. Probieren geht über studieren. Musik 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 Musik